Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 und ich habe heute wieder einen Gast dabei. Hallo, im Chef. Den werten Bullrock habe ich jetzt heute nochmal mit bei. Disturb ist halt nicht im Teamspeak, deswegen gibt es halt auch keinen Kommentar von ihm. Der ist aber trotzdem in der Gruppe. Wie nutzen ihn aus? Was teilt denn eigentlich Disturb? Achso, Camp Profi. Ding, ding, Camp Profi. So, und ich habe mir jetzt überlegt, wir nehmen jetzt hier hinten uns jetzt erstmal wieder mal ein paar Werkstätten ein. Das heißt, naja, ich habe ja gar kein Schleichen drin. Warum will ich denn jetzt hier schleichen? Zumal mit einer Gamma-Waffe ist ja jetzt auch wieder schlau von mir, ne? Oh. Gegen Rubis. Ich sehe dich nicht. Da bist du. Sammle Kronkorken. Ja, 20 von 100. Endlich kann ich loslegen hier. Hier haben wir sogar noch eine Dive-Karte. Hier ist noch eine Waldschatz-Karte. Meine Güte. So, dann nehme ich mir als erstes das hier. Hatte ich jetzt... Durch die Pause habe ich das jetzt nicht ausgewechselt. Okay, gut. Dann brauchen wir hier Adrenalin einmal raus. Den Verteidiger rein. Hier einmal nochmal umwechseln auf... Ja, Power-Fuser. Wo bist der? Da. Oh. Ich höre sogar gar Kronkorken hier. Ist doch gut. Siehst du? Haben wir nochmal 12. Passt. Denn wollen wir erstmal aufbauen hier. Und zwar brauche ich wie folgt... Erstmal die ganzen Dinger hier. Äh, Ressourcen. Fangen wir mal mit... Nämlich Kristall mit? Nee. Nee, nee, nee. Öl... Äh, Block... Öl brauche ich hier eigentlich am meisten. Hoppala. Das ist zu viel Säure, Kristall. Ja, es ist... Außerdem... Ich nehme es nachher aus Lucky Hole einmal mit. Und dann reicht das eigentlich schon. Weil so viel Kristall brauche ich jetzt persönlich nicht immer. Weil Cryo-Munition... Ja gut, stelle ich mir auch ab und zu mal her. Aber momentan ja eher nicht. Deswegen... Wird nicht benötigt. Und Gold... Naja. Dürfte ich auch noch genug da haben. So. Hier kommt jetzt einmal... Obwohl, machen wir mal anders. Ich habe ja hier ein bisschen was gespeichert. Da einen hin. Da einen hin. Ach, jetzt kommen die Verbrannten auch schon hier. Und äh... Wollen mich ärgern. Lass mich. Ich bin noch am aufbauen. Halt! Stopp! Ich will die doch noch anschließen. Selber schuld. So, dann dich da einmal anschließen. Jetzt muss eigentlich auch gleich die Verteidigung dann schon kommen. Und was ist das? So. Ne, Angriff ist noch nicht da. Apropos, ich muss ja hier noch mit der Axt rumrennen. Deswegen haben wir ja auch das Clowns-Kostüm an. Kurz vor. Ja, beim Elpecha schon wieder. Beim Elpecha schon wieder. So. Was fehlt. Lass mich nicht lügen. Fünf. Prozent. Es ist nicht mehr wirklich viel. Was fehlt. Ach, jetzt wollte ich meinen eigenen Plündertron umnieten. Fiel mir jetzt nicht auf, dass er grün ist und die anderen rot, aber okay, ich wollte einfach nur drauf los und gib ihm. So. So eine Sache mit den Farben. Ja. Da kommt Verteidigung. Äh, da kommt's ja. Gut. Dann kann ich ja wenigstens nochmal kurz zeigen, weil wir jetzt noch eine Minute, was wir heute in den Dailies haben. Also Stufe ist halt natürlich wieder heute mit kompletten Clown-Outfit, Axt, krank, gut geruht, gut gestimmt. Koche Gerichte aus Pflanzen oder Pilzen, sammle Kronkorken, töte einen Kryptiden. Achso, und Hacke einen Terminal. Deswegen passt. Machen wir heute, also in der nächsten Folge, denke ich mal, alles in einem fertig. Vielleicht kriegen wir ja jetzt schon das Level abhin. Ist ja eigentlich immer das schwerste momentan, das Leveln. Boah. In der Gruppe geht's. Nee, in der Gruppe geht's, also gerade wenn man jetzt hier so einen Bullrock bei hat, ne, der dann inspirierend dreiteilt, was gerade rausgeflogen ist, weil du dir mehr TP gemacht hast, als du eigentlich brauchst. Ich hab von der Zecke eine bekommen, oder? Das sind hier instabile atomare Abfälle. Ach hier, äh, Nerdwut hat hier gebrockt. Ja. Ja. Wie gesagt, da geht das dann wirklich. Müsste irgendwie ja noch Cranberry-Auflauf hier haben. Müsste mir aber neun holen für heute. Ja. Muss ich auf jeden Fall. So. Dann noch zweimal Wasser und dann Passat. So. Wollen wir mal gucken, was kommt denn jetzt hier? Hier kommen verbrannte, eine Welle. Oh, das geht ja. Wenn die jetzt alle instant spawnen, dann sind sie instant weg und dann passt das. Und ich höre schon, wo sie kommen. Nein. Ich komm schon. Halt, hier geblieben. Ich treffe ihn nicht, aber eher mich oder was? Hahaha. Schlimm. Da hinten ist noch einer. Nein. Doch. Ich hab euch gesehen. Gebt mir eure EP. Hauptsache nochmal auf die Leiche, ne? Ja, gut. Das war die Verteidigung. Das heißt, hier ist safe erstmal für knapp 40 Minuten. Dürfte reichen. Genug Verteidigung steht. Können wir uns das nächste nehmen. Ich wollte jetzt wieder anfangen, so ein bisschen einzuheimsen. Wir machen ja heute ein bisschen länger. Wir machen die Nacht durch, wa Mike? Ja. Hahaha. Ja. Hahaha. Oh, täglich Ehrenbegräbnis. Ja, später. Hallo. Ja, hallo. So, dann holen wir uns jetzt nochmal den Holtz hier. Anscheinend hat er einen weiteren Soldaten ausgegraben. Hallo, ihr lieben Verbrannten. Ach, für dich noch eine Axt. So, Schrot. Ne? Einen höre ich doch noch. Wo bist du? Da bist du. Und wieder Kronkorken gemacht. Wunderbar. So, dann nehmen wir das Ding schon mal wieder ein. Ah, da hinten haben wir sogar noch den Monster. Kann ich ja mal ein paar Raketen verschwenden. Schön aus der Hecke hier. Ne? Ne? Rechte nicht. Achja, ich hab ja gar keinen Abrissexperte drin. Ne? Gut, dann einmal kurz hinrennen. Hauptsache ist Kryppli. So, töte einen Kryptiden. Wunderbar. Ist erledigt. Hab sogar nochmal Kronkorken gekriegt. Passt. So, dann bauen wir jetzt noch schnell Hemlock Holtz hier auf. Na? Jetzt. So. Hatte ich hier nicht den Ding? Ja, hatte ich. Na komm. So. Dann brauche ich noch einmal Ressourcen. Da ein hin. Da ein und da ein. Und dann haue ich mir hier noch den Klein einmal hin. Ja, Gold und Kristall mal wieder. Nee. Nee. Frisst zu viel. Jetzt brauche ich nur noch meine Geräte. Hier. Wo haben wir? Na. Generatoren. Da. So. So. Und. So. Und. So. Und. Dann einmal kurz alles anschließen. Dann habe ich das Kabel. Nee. So. Mein Spawn habe ich aber vergessen. Äh. Spawn. 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 Da ist er. Spawn. Aha. So. Perfetto. Kann ich hier noch mal alles zerkraften. Was fehlt jetzt noch? Ja, die Kronkorken, das Terminal, Pflanzen. Na, das dürften wir doch heute eigentlich noch alles fertig kriegen. Also in der ersten Folge gleich. Kochen muss noch. Ja, kochen. Ich muss ja sowieso noch zu meinem Gutshof. Da unten. Und Dings machen. Ja, Cranberry-Kuchen für ein bisschen mehr EP. Jetzt machen wir hier noch kurz die Verteidigung durch und dann passt das. Bast wackelt und hat Luft. Kann ich sogar noch mal einen Schluck Kaffee trinken hier. Und dann bin ich das hässliche Clowns-Outfit los, ey. Aber die können sich echt mal ein neues Outfit ausdenken, oder? Ja. Irgendwie so. Also bis jetzt sind wir so förmliche Kleidung, Anstaltsuniform, Responder-Uniform, Clowns-Outfit. Ja, aber trotzdem noch irgendwie, was weiß ich nicht, irgendwie eine andere Uniform oder so noch mal mit rein, damit man ein bisschen mehr Rotation hat, als jetzt nur die Fünfter. Ach du Scheiße, Skorpione. Und davon ist der erste sogar mit einem Killer-Revolver bestückt. Hey, zum Staub. Das ist schöner als ein Lotto-Gewinn. Ach, das sind's auch noch zwei Wellen. Oh nee, ey. Zeitfresser ohne Ende. Skorpione, wo seid ihr? Möchte euch meine Axt in den Schädel rammen. Mal los. Ja, wenn ich sie mal sehen würde, dann wäre es einfacher. Ach, da kommt der Nächste von der Straße. Halt, halt, halt. Nicht ein Bullen, nicht an. Komm raus. Ja, fein hast du's gemacht. Und da hängt schon wieder irgendwas in der Luft. Dann loot ich die Luft halt. Dann heißt, der andere wird auch irgendwo hier von der Straße kommen. Schleiche ich mich an. Soll ich das Auto verstecken? Nein, komm da. Ich hab ihn gesehen. Ganz leise. Er gräbt sich ein, dieses Mistvieh. Jetzt komm her, ja. Also, jetzt lässt sich von den Geschützen machen, oder was? Du Mistkadaver, du. Brauch doch die EP. Oh, 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 da sind gleich nochmal zwei. Ah, Attacke. Was sind doch deine EP, oder? Wenn Geschützen machen und du ihn vorher nicht draufgeschossen hast, dann kriegst du keine EP. Der war ja gerade mit der Axt und der hat's hier vorher weggebuddelt. Ah, da hinten ist noch einer. Ganz leise. Und sagte... Ja, könnte ich ja hören. Vergiss es, Alter. Oh, grad noch EP gekriegt hier. Ne, egal. Fertig ist fertig. Blöden Skorpione, ey. Gut, dann düse ich schon mal los zum Gutshof. Könnte ich gleich nochmal gucken, ob ich Honig brauche. Also wieder auf 10 aufstocken. Oder ob ich jetzt voll hab. Honig, Honig, Honig. Ja, 17. Brauch ich gar nicht da unten langlaufen. Boah, das hat immer noch nicht gereicht, ey. 300 EP. Na, mit den 19er EP hier von den Mischling krieg ich's bestimmt nicht hin. So, dann holen wir uns jetzt hier einmal kurz, äh, durchgesammelt. So, Axt, Schädel und Ruhe ist jetzt. Hm, ja, da. So. Dann wird das Gänse einmal verkocht, dann dürfte es eigentlich auch reichen. Dann haben wir das auch schon fertig. Außer die wollen jetzt, dass ich Mais wieder verkoche, weil das Auflauf wieder mal nicht zählt. Ne, Auflauf zählt. Ja, jetzt. Und? Okay. Fertig. Bei Barry Saft zählt nicht. Ne, Saft, Säfte nicht. Säfte grundzipiell nicht. Außer wenn du Getränke herstellen sollst. Aber die gibt's ja nicht mehr. Du sollst ja Gerichte, nicht, äh, essen. Äh, äh, trinken. Essen. Ufi dachte ich. So, gut. Das haben wir auch. Was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlt nur noch der Terminal und, äh, die Stufe und Co. Gut, dann, Evvys Bunker hattest du jetzt hier nicht gehackt oder so, ne? Zufällig? Nein. Okay, dann gönne ich mir jetzt Evvys Bunker. Nehmen wir mal in Barclays Springs, diesen, ähm, die Apotheke. Nö, 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 und, ja, jetzt gucken wir mal noch, Türchen. Oh, wieder aufgesetzt. Sehr nett. Hm, den hatte ich noch nicht. Den hatte ich noch nicht. Den hatte ich noch nicht. Okay, weiter nach Türchen gucken. Da haben wir einen. Ah, da war auch noch einer. Ja, den hatte ich schon. Okay. Können nur noch zwei Wörter sein. Noch ein gutes Türchen hier. Ah, komm, füll mir das noch einmal auf, dann bin ich glücklich. Einmal auffüllen, bitte. Dann wüsste ich sofort, welcher das ist. Oder nenne ich genug Versuche, um das einfach zu erraten. Ah, wieder der Falsche. Ah, ist auch der Falsche. Okay, es kann nur noch Cain sein. Ha! So, Tür öffnen, auch wenn ich es nicht brauche. So, womit mal hier jetzt fix noch eine Stufe. Komm, machen wir hier das Furchthaus. Vielleicht haben wir da ja ein Wendigo. Vielleicht. dann wäre das die Stufe. Aber ich habe verbrannte. Schade. Die schon wieder Hände hoch machen. Ich finde das irgendwie so cool. Ja, ja, sieht geil aus. So, der hatte wenigstens immer ordentlich Kronkorken bei. Doch, der hatte Kronkorken bei. In dieser Episode folgen wir den Geschichten. Es gibt ja doch mein Level-Up, Mensch. Nicht was. Level-Up, habe ich gesagt. Da ist doch nichts mehr. Geht doch. Machst du es dann endlich. Ich habe es endlich geschafft. 259. Na, in der nächste ist auch wieder Doppelt-EP. Wollen wir mal gucken, ob ich meinem LP-Jahre dann auch nochmal eine lange Session gönne. In der Doppel-EP-Event. Oder eben nicht. Ja, oder 10 Folgen Westeck. Ja, gut. Ist halt immer das Problem. Aber es gehört halt mit dazu, ne? Alles gut. Aber Westeck ist halt immer noch mit das Beste, was es überhaupt gibt, finde ich. Also ich habe bis jetzt noch keine lukrative Route gefunden, als jetzt eine kleine Westeck. was Legendaries, Farm und ja, prinzipiell Stahlschrott oder so angeht. Aber bis jetzt habe ich da echt noch nicht was Besseres gefunden. Oder kennst du eine bessere? Okay. Da wirklich alle halbe Stunde immer wieder Whitespringen. Ja, aber da kriegst du ja größtenteilig nur Drogen und die Gule geben dir ja nur 138 mit Boost. Und Westeck kriegst du ja gute 200 mit Boost. Pro Mutant. Ja, das ist dann halt doch schon EP-Technisch und Loot-Technisch ein krasser Unterschied. Na gut, wenn du jetzt unbedingt ähm... Na, sag mal schnell. Drogen draus, dann bevorzuge ich auch Gule. Weil die haben im Westeck nur die Grönchen. Habe ich das richtig? Wann wirst du? Ich höre das richtig. Was hast du denn hier? Ja, aber auch schon Merkuliers bei uns heute. Jetzt mal die ist auch gleich gelandet. Ähm, nachladen. Sollte mal raus aus der Perspektive gehen hier. Ja, ist nur eine 50er also. Easy. Den A habe ich noch nicht. Ich war noch nicht im Bock. So, dann haben wir hier jetzt noch das in den Verwärter. Damit habe ich die 100 Kronkorken zusammen. Habe ich denn jetzt alles oder fehlt noch was? Nö. Okay, habe ich doch alles in dieser Folge hingekriegt. Plus einnehmen. Passt doch. So. Gut. Dann würde ich sagen, Aua, nicht ins Kreuz, Mensch. Dann würde ich sagen, Aua. Dann würde ich sagen, Aua. Ja. Immer ins Kreuz. Immer diese verbrannten. Nee, aber dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier für den ersten schon mal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann. in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.